Latschen die eiskalt durch die Mauer durch. Hallihallo, hier ist der Guzoa. Ich habe von einem Abonnenten die Nachricht bekommen, ey hier, mir ist da was untergekommen, was eigentlich so nicht sein kann. Und zwar geht es darum, er hat einen Wall-Glitch gesehen und wir können das ganz einfach mal probieren. Und zwar habe ich ja hier jetzt meine Truppen, logischerweise. Und ihr seht es ja gerade selber. Kleinen Moment, hier gucken wir mal kurz die kleine Dorfbewohnerin an. Oder die, oder wie auch immer, je nachdem. Ach, wir verfolgen die mal. Und zack, und sie springt. Vollkommen richtig, macht ja jede normale andere Truppe auch. Sie springt über die Mauern rüber. Aber was ist denn, wenn wir es so machen? Latschen die eiskalt durch die Mauer durch. Oder, das ist so eine andere Sache, die sagte mir auch schon mal jemand, das ist schon eine Ewigkeit her. Wenn ihr am Bauen seid, klar, seht ihr hier den Bauarbeiter. Klar, logisch, solltet ihr nicht weiter wild sein. Wenn ihr eure Bauhütten hier habt und ihr seht hier, ja okay, die pennen hier. Dann macht doch einfach mal diesen und seht euren Bauarbeiter. Yeah! Ja, das waren einfach mal zwei kleine Sachen, die ich einfach nochmal loswerden wollte. Ich denke mal, viele von euch werden sie schon kennen. Aber ist halt eben immer mal so ein bisschen interesting. Wenn ihr noch mehr so ein Stuff habt, wo ihr sagt, äh, ist ja ein bisschen creepy, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare posten. Und dann werde ich das gerne mal im Video zeigen. So, was haben wir? Achso, ja genau, was haben wir natürlich? Ich bin auf dem Poké High momentan. Also, beziehungsweise, vor dem Angriff war ich auf dem Poké High. Ich glaube, äh, 3, 5, 56 hatte ich jetzt, glaube ich. Und das lief ganz gut. Also, ich habe wirklich mich dazu entschieden, echt keine Risiken einzugehen. Wirklich ganz gechillt zu gucken. Ich habe auch schon mal jetzt einen Townhold 10er gehabt, den ich angegriffen habe. Da hatte ich dann einen Freespell mit bei. Und es hat auch geklappt. Aber wirklich, dass ich jetzt sage, mit dem ganz normalen Freespell im Townhold 9, also sprich, nur den 1er Freeze, der bringt nicht so viel. Also sprich, wenn ich halt wirklich, weil der Inferno halt so eine extrem große Reichweite hat, wenn mich halt der Inferno triggert und, beziehungsweise die Queen halt triggert, dann ist das mit dem einen Inferno, beziehungsweise nicht mit dem einen Inferno, sondern mit dem einen Freeze nicht machbar. Wenn man da wirklich Glück hat und die Ability noch hat und die Queen eh schon drauf schießt, dann nochmal zusätzlich als Sicherheit den Freeze vollkommen okay. Aber ansonsten gucke ich halt wirklich, ob ich Townhold 9er oder Townhold 10er finde, die eventuell einen Inferno nicht aktiv haben. Oder die Base halt wirklich so gestellt haben, dass ich 100% ich weiß, okay, ich kriege meine 50%. Ja, sogar Townhold 11, aber die Gefahr ist halt wirklich wieder, die rennt außen rum und dann sind wieder 20 Pokis weg. Ist halt einfach so. Ich skippe euch wieder raus, sobald es losgeht, seid ihr wieder dabei. So Leute, hier haben wir glaube ich einen, der angreifbar ist. Und zwar hat der sein Townhold wirklich relativ weit unten, dass wenn ich selber hier bin, schon mit der Queen drauf zielen könnte. Das probiere ich einfach mal. Sehr gut, dass die hier gerade im Bau ist. Das ist nicht unbedingt schlecht. Ich gehe mal mit 5 Stück wieder ran. Mal gucken, eventuell kann ich gleich die Queen hier dazu überreden, also die gegnerische Queen gleich dazu überreden, hier auf meine Mauerbrecher zu schießen. Genau, dann ist die nämlich schon so ein bisschen rausgelockt. Ja, ich gehe kein Risiko ein, war auch eine knappe Kiste schon. Gegnerische Queen ist down. Jetzt gucken wir halt wirklich bloß, ist hier draußen noch irgendwas, was mich ablenken könnte. Passt, Rage läuft noch. Die geht aber wieder rein, also ich denke nicht, dass die draußen bleibt. Kein Risiko eingehen, Rage drauf. Absolut kein Risiko. Und als nächstes sollte sie genau... Oh, das ist schon ganz schön fett, hier muss der Gift auf jeden Fall rauf. Ich habe keinen Bock, dass die Skelette hier mir richtig, richtig die Sache vermiesen. Und jetzt geht es aufs Townhall. Wir haben zwei Expos, die ballern, wir haben eine Kanone, also das passt. Und kurz danach hören wir auch gleich wieder auf. Klar, Loot-Bonus ist da natürlich, beziehungsweise Liga-Bonus nicht so der Brenner. Aber kein Risiko eingegangen, sechs Pokis mitgenommen, passt auf jeden Fall. 21 Minuten haben wir die jetzt down, ist nicht wirklich schlimm für mich, weil ich habe ja noch das Schild. Wie gesagt, ich muss wirklich sagen, schildtechnisch finde ich es gut. Wie gesagt, das Einzige halt bloß wirklich mit diesen 30%, sprich der Gegner, den ich halt angegriffen habe, hat nicht mal ein Schild bekommen. Ich habe es nicht absichtlich gemacht, dass ich jetzt gesagt hätte, Ella, Badge, du kriegst kein Schild von mir. So, auf keinen Fall. Aber Fakt ist es nun mal so, ich kann nun nicht den Typen hier angreifen, beziehungsweise dann noch sagen, gut, okay, ich probiere wenigstens, dass er sein Schild bekommt. Geht auch nicht. Gucken wir hier mal, was Luis hier raushaut. Also, er hatte relativ guten Loot auf jeden Fall, ganz klar, aber er kriegt das nicht. Ich glaube nicht, dass er das kriegt. Also, ich meine, die beiden Helden, die können schon was ruppen, wenn man hier wirklich in diese Flanke reinbricht. Man hatte ja genug Mauerbrecher, dass man wirklich sagt, eine Richtung rein, weil ich sage mal, hier haben wir ordentlich Gold. Dann halt wirklich an einer Sache konzentrieren, weil man hat gesehen, dass die Minen und Sammler waren nicht wirklich voll. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht er von oben, aber warum? Okay, hier jetzt noch ein Queenwalk gestartet. Ihr seht es selber, die Minen, das war nicht viel. Hier kommt der Puster auf jeden Fall ins Spiel. Ja, schade. Einfach auch wirklich von der falschen Seite reingegangen. Ist ärgerlich. Also, weil hier wäre hier wirklich, in dem Bereich hätte man ja schon nicht die Hälfte, wisst ihr ja selber. Mittlerweile ist ja auch einiges im Rathaus drinne. Aber, da wäre schon einiges machbar gewesen. Einfach wirklich von der falschen Seite reingegangen. So, jetzt wollen wir mal nochmal kurz meinen Account wechseln. Ihr seht mich gleich wieder. Dann gucken wir mal, was da abgeht. So, da bin ich wieder. Ja, wir haben gewonnen. Juhu, plus 19. Der hat garantiert einfach nur eine Truppe gesetzt und fertig, weil so doll ist wirklich nicht. Ähm, ich habe gemerkt, dass mein Goldlager da steht. Ich habe das die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen verpeilt. Äh, ich brauche ja mein LX nicht so wirklich. Stelle ich das lieber raus. Aber, wie gesagt, base-technisch muss da auch mal wieder was passieren. Bloß ich beschäftige mich halt so selten mit dem Account. Muss ich doch einfach mal so sagen. So, wir haben wieder ein bisschen was, dass wir die Dragos wieder aufbauen können. Zack. Und dann brauchen wir aber natürlich auch nochmal ein Rage-Spell. Hier gehe ich auch mal schnell auf Angreifen. Hier sollten wir relativ schnell einen halbwegs guten Gegner finden. Ich bin weiterhin mit 10 Drachen unterwegs und im Normalfall auch 3 Rage-Spells. Und dann passt das. Und dann gucke ich so im Dreh, dass ich so, ja, 200 Gold sollte ich schon, also 200k Gold logischerweise, sollte ich schon kriegen. Und alles andere darunter lohnt sich einfach nicht. Weil man hat ja doch schon für die Drachen einiges ausgegeben an LX. Und dann will man wenigstens ein bisschen was an Gold wiederbekommen. Ansonsten ist halt auch noch wichtig, dass ich mein Dunkles noch ein bisschen hochfarme. Weil ich die Schweine und die Walküre noch machen muss. Die sind noch nicht komplett geabt. Und dann überlege ich echt schon, dass ich, ich sag mal, einen größeren Teil auf jeden Fall, noch fertig mache von den Mauern. Aber wenn meine Updates soweit von Truppen her durch sein sollten, dann würde ich sagen, starte ich auch schon Town Hall 11. Ja, genau, Town Hall 11. Also ich würde mal sagen, erst mal Town Hall 9. Und dann passt das auch. Und dann gucken wir mal, was wir da als erstes dann machen. Ich denke mal, auf jeden Fall denn so. Oh, 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 oh. Hier auch mega nice. Ich sehe da und da logischerweise. Und da und da gucken wir natürlich. Hier haben wir natürlich auch gleichzeitig die Luftabwehren direkt dahinter. Wie machen wir das besonders schön? Egal, ich gehe erstmal mit dem King rein und haue gleich mal die Drachen hinterher. Und ich haue die hier komplett rein. Weil ich denke, dass das am meisten Sinn machen wird. Hier hätte ich jetzt normalerweise schon gedroppt. Aber erstmal will ich gucken, dass die auch wirklich in die Richtung ziehen. Seht ihr ganz genau. Die wären nämlich gar nicht in die Richtung gegangen. Und dann hat man schön irgendwas geraged, was gar nicht Sinn macht. So, hier können wir nochmal ragen. Hoffen wir mal, dass wir da ein bisschen was genau so. Und jetzt geht die Luftabwehr down. Gucken wir mal, wo wir hier noch was ragen können. Oder ob es sich gar nicht mehr lohnt. Weil das Rathaus muss nicht down gehen. Das ist egal. Die sind außerhalb vom Bereich des Goldes. Ja, der hier macht hier noch das Rathaus down. Und hier gucken wir nochmal ein bisschen. Da ist auch Pille-Palle. Mal schauen. Ja, das lohnt sich nicht so wirklich. Bloß wie gesagt, bei Drachen ist halt immer so eine Sache. Man denkt immer, oh naja, sie sind gleich down. Sie sind gleich down. Und dann können sie doch noch einiges reißen. Wirklich nicht zuvor abbrechen. Die Zeit muss dann einfach sein. Und dann passt das. Wäre natürlich geil, wenn er jetzt noch aufs Dunkle. Nee, okay, da geht die Luftabwehr rauf. Und das war es dann auch wieder. Aber ist in Ordnung. Ich habe nicht alle drei Spells verballert. War okay. Gibt schlimmere Angriffe. So. Ja, warum bin ich aus dem Clan raus? Weil ich jetzt hier nicht aus Versehen einfach mal so im Clan-Krieg wieder mitmachen wollte. Deswegen. Und wir gucken gleich mal, wie viele Mauern wir jetzt exakt insgesamt auf 8 haben. Das sieht ja eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Aber man, ja, man denkt schnell, oh ja, das ist ja schon richtig viel. Und dann guckt man genau rauf. Also ich würde jetzt mal denken, es wird ungefähr Hälfte-Hälfte sein. Gucken wir mal rein. Nee, am Arsch, Hälfte-Hälfte. So sieht es nämlich aus, ganz genau. Man denkt mal, oh ja, das passt schon, das passt schon. Und da passt noch gar nichts. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem kleinen Wall-Glitch. Und mit dem Bauarbeiter, den man da gesehen hat. Wie gesagt, ist ja gar nicht mal so verkehrt, wenn man sowas auch mal sieht. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, wo ihr sagt, ey, das ist eine richtig krasse Sache, dann einfach mal in die Kommentare reinposten. Und dann sollte das was werden. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.